Hast du? Nein, jetzt nicht. Kaum. Was gibt es denn hier für das? Ah, kann man so verbrauchen. Wenn du das so fährst. Was wird denn das schon? Okay, oh mein Gott. Dann machen wir einen schönen Braten davon, einen schönen Schmobraten. Den grillen wir jetzt erstmal schön an. Und dann macht der Gerd in dem großen Topf hier unten. Einen richtig geilen Schmobraten. Ah, mit Schlesentgenbrennen und so. Voll Zwiebeln, das wäre geil. Kann man visualisieren, die ganzen Hungrigen hier. Nein, gibt es nur für unser Team. Dankeschön.